euer sirene der rest bleibt mal auf abstand du feuerst zwei sirenen okay das hat sich schon mal böse erwischt was bist du das hier ist nicht euer zu hause hier wohnst es stammt ihr dreckigen landbewohner soll euren eindringen teuer bezahlen ok die sind und jawohl kann dies übernommen das ist nicht so toll und jetzt ist es auch noch schahira und jetzt ist die ganze truppe wir müssen neu laden definitiv nichts leichter als das gut sammelt euch mal richtig und wir sollten da müssen wir das noch mal ordentlich versuchen ganz vorsichtig rantasten dann macht sie den zauber genau unterbricht die beiden wir haben ein eichhörnchen getötet aber das schadet unserem ruf nicht okay talisa ist schon wieder übernommen das ist das ist hier nicht euer zu hause hier wurzel stammt ihr dreckigen landbewohner sollt eindringen teuer bezahlen das ist echt nicht so gut ich bin ins zaubermenü okay eine ist down du sollst nicht talisa hauen ich bin ganz hohen okay jetzt hat sie haben sie auch noch dings dina hier übernommen minsk hätte theoretisch ein level ab so ich mach mal die ki aus und hoffe einfach mal dass die beiden zur besinnung kommen ja wie hier ihr bein hört auch auf was jetzt warum ist da jetzt ein aaskriecher das finde ich jetzt nicht so toll dass er auch noch ein aaskriecher ist der immerhin geliehen hat die beiden hör auf die neue zu schlagen und immerhin gesteckt talisa immerhin tot oder ja toll planänderung definitiv planänderung du heikalit du bei dir müssen wir leider löschen du nimmst jetzt schutz vor dem bösen ja allgegenwärtige autoritätsperson was ihr heilt euch mal alle ruhen so quick save einmal kurz fasten bitte sonst nehme ich auf einmal auch tag so du schutz vor dem bösen auf sie hier siegut du siegut die hause und schutz vor dem bösen auf ihn so jetzt können wir los gehen Genau Okay Das hier ist nicht euer Zuhause Ja, den Dialog kennen wir schon So Genau, jetzt können sie zwar Wir können zwar jetzt immer noch übernommen werden Also mit dem Schreckenszauber Aber dank dem Schutz vor dem Bösen, glaube ich Sind wenigstens die beiden immun dagegen So Okay, eine schreibt, wie verrückt So, Minsk hat sein Level ab Oh Jetzt ist Ähm, Shahira versorgt Ich bin schon erledigt Wenigstens ist da oben Sackgasse, auch wenn da eine Höhle ist Okay Okay, Shahira kommt auf die vorreiche Idee Uns anzugreifen Aber normalerweise dürfte Verwirrtheit Nicht so lange anheben So, du kannst dich einmal selber heilen Du kannst Ups, das war falsch So, wieder magische Geschosse aufnehmen Und da geben wir Minsk mal sein Level ab Waffenfähigkeiten können wir nicht vergeben Volle Lebenspunkte, sehr schön Oh, Minsk hat jetzt zweimal Tiere beschworen Na komm schon, Shahira Werd bitte wieder normal Jedenfalls nach deinem Maß schläben Na komm, so lange kann das nicht dauern Wieder normal zu werden Verwirrt Es gab aber jetzt gute Erfahrungspunkte Immerhin 6000 Das heißt 1000 für jedes Gruppenmitglied Ja, das hat uns sehr weit hochkatapultiert Das heißt, immerhin ist bald Level 6 Na, bei ihr hat's Naja, 1000 ist nicht so viel Bei 2 verteilt sind es nur 500 Ins Katzenlevel abgebracht Ihm und ihr hat's gut Erfahrungspunkte gebracht Ihr auch Na komm schon, yeah, hier Nur das bald mal was Ich kann ich nämlich leider nicht in Fluch Jedenfalls habe ich nichts passendes Um dich zu entfluchen Und rasten kann ich soweit ich weiß gerade auch nicht Nur Quick Save machen Oder kann ich rasten Könnt euch nicht ausruhen, solange eure Koffe verstreut ist Ja, und wenn ich zu Jahira da hochgehe Genau, läuft sie einfach weg Ah Sie ist wieder unter unserer Kontrolle So, ab in die Höhle Denn das ist eine tolle Höhle Erstmal, weil hier Fleischkolems sind Au Wir uns gleich nochmal 2000 Erfahrungspunkte geben So, eine unverwirrte Jahira Bitte heil mal Talisa Ich tue mein Bestes Kalik geht davon mal aus dem Weg Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson Ja Hier sind soweit ich weiß noch mal Ähm Drei Fleischkolems drin Mindestens So, da oben würde es lang gehen Da will ich aber erst nur nicht lang Genau, ich will nämlich erst hier drüben lang Dort ist der zweite Fleischkole Die sind übrigens magie-immun Also wenn ich das mal demonstrieren darf Mit dem Kampfstab Genau, Magie-Widerstand Oh, und das hat die letzte Ladung von dem Zauberstab gekostet Ja, ja, ja Wie seht ihr, man merkt Die Fleischkolems sind heftig Herr Gegner Deswegen wollte ich auch nicht unbedingt gegen die In der hohen Hecke antreten So, wir müssen jetzt da rum Über die enge Brücke Ja, okay Das waren dann wohl alle drei Weil jetzt sind wir hier im oberen Raum Und hier ist eigentlich das Wichtigste Versteckt Der Schatz Sehr viele schöne Sachen Die ich gleich mal verteilen sollte Das Oh, das sind Pfeile Die solltest du kriegen Mal sehen, was haben wir hier alles Ein Absorbationsdrank Kriegst du Du hast nämlich schon ein Das Heiligste hier hast du auch Ein Infravisionstrank Können wir verkaufen Genauso wie die Sachen hier Verletzungspfeile Kommen zu Jahira Die sie dann im Notfall mal werfen könnte Hätten wir bei den Äh, bei den, äh Trüaden wollte ich schon sagen Bei den Sirenen gut gebraucht Ja, gut So, und die Sachen bitte noch Das sind drei Sind ein paar Sachen Zum Identifizieren Also packen wir am besten Wie mal Identifizieren hier rein Was wollt ihr? Suchen uns eine hübsche Ecke Nichts leichter als das Ah, dieser sieht nicht schlecht aus Ihr Moin ist kurz vorm Level ab Ah, bei Dina hier fährt auch nicht mehr viel Sehr, sehr schön Quick Save kurz machen Oh, noch ein Fleischkolem Au Okay, das war ein Fleischkolem Noch mal Gut Noch mal ein Haufen Erfahrungspunkte Ihr habt eine Aufgabe Was wollt ihr? Jetzt aber bitte Kali teilen Eure Dienerin steht zu euren Diensten Und mich selber heilen So Noch mal Oh, noch ein Fleischkolem Ja, geschenkt Erfahrungspunkten Schaut man auch Nicht ins Maul Du bist ja ein komischer Kauz Man muss aufpassen Wo hier um und dreht Ja, Minsk Eine Stufe höher Für Immerhin Das heißt wieder 10 Punkte fallen 10 Punkte Schlösser Und einverstanden Theoretisch könnte ich sie jetzt mit den Fähigkeitspunkten, die sie hat Zur Magierin machen Aber ganz ehrlich, im ersten Teil behalte ich sie dann doch lieber als Reine Die bin Gerade in der Feuerweinbrücke und im Dulax Turm ist das dann wichtig Ach kommt Ich finde die Erfahrungspunkte ja schön, aber Können wir nicht einfach mal einmal in Ruhe schlafen hier drin Also ich mache das jetzt nicht mit Absicht oder so Ich will eigentlich nur endlich mal schlafen Die beiden sind nämlich schon fast wieder tot Nein Jetzt lade ich So, dankeschön Jetzt identifiziert du erst mal das Zeug Ich habe das jetzt nicht mit dem